ja 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 seit zwei Jahren habe ich Erektionsstörungen ich kriege einfach keinen hoch Ach, Cube ist weg, sieht sich damit schon wieder an Ich habe sogar schon mal mit einer Lupe es benutzt äh... Was machst du mit einer Lupe? Ja mit einer Lupe habe ich schon mal mit einer Lupe hast du aber mein Penis ist nicht wegen der Erektionsstörungen hm nutzen sie jetzt schwanz hoch schwanz hoch merkt es ihre Durchblutung des Gliedmaßes Oh mein Gott Timo Ich glaube Youtube will sowas nicht benutzen die Werbung die Werbung was gibt's in Offenburg für Werbungen Alter Alter kennst du nicht die Werbung die läuft jeden Tag auf ich weiß nicht was Alter hat hier in der Hunde schweißen nö das so ein alter Mann sagt ich habe schon seit zwei Jahren Erektionsstörungen schleiden wir doch runter wir haben net so n Timo wir haben keinen Fernsehen wie du ich bin deswegen spiel mir auch gar nicht ich genau Joey ja gell du bist ein fetter Bauer Alter ich war doch auch nein sorry TV Senderung gucken wir Timo Timo Alter das ist Werbung Werbung oh mein Gott ey Timo bist du so hab ich das dass du Werbung gucken musst Junge Werbung Alter es geht 5 Minuten und dann geht's hier weiter der meinte nein wer lässt den Fernseher laufen um Hintergrundgeräusche zu haben doch alter Mann ey fragt euch nicht wieso hier die ähm Neta-Ziegeltreppen weg sind gell ich bau die krass schon die ganze Zeit ab hier Gott oh du fisch ja ich bau auch hier die ganze Zeit Neta-Steine ab ach ne alter ich hab schon 50 Steaks davon hoho ja Timo 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 war das wie Timo kann man nach diesen Dingern da suchen dann hätten wir Timo hat innerhalb ein paar Tage ein ganzes Neta-Haus gebaut haha oh mein Gott Timo ich bin doch in Gebäude ich bin doch in Gebäude siehst du ein Sternchen ein Annik mein Gott nein ein Sternchen ich bin doch das gibt es für euch nicht in der Schule Timo Bleib weg mit der Scheiße. Also, schon seit zwei Jahren habe ich eigentlich hier rein. Wasser. Der Gladi ist bei mir lag. Kacke. Er hat zum Spendeman Eil. Elko. Kein Einladen. Er hat selbst getan. Hat selbst getan, Fabi. Ah, ich hab das nicht geflogen. Bitte Elko. Du bist nicht rausgeflogen. Okay, merke ich mir Elko. Nein, nein. Zu spät, zu spät, zu spät. Nein, nein. Oh, jetzt bist du doch rausgeflogen. Ja, geil, du hast Elko. Ich kann mich nicht einladen. Ah, deswegen bin ich gerade einladen oder was? Nein, tu ich gar nicht. Nein. Oh, Gott, nein. Ich kann es einfach nicht vergriffen, meinen Penis anzulangen. Aber er kommt einfach auf die Richtung. Ich kann es einfach nicht vergriffen, meinen Penis anzulangen. Wie sind sie noch heute? 20 Jahre. Nein, nein. ich bin die wurde wirklich gut im let's play die ganze so ne Scheiße zu sagen ja ist es doch hey lol ich hab jetzt auf einmal vorne in der Hand Monster du hast verlassen Monster Monster du hast verlassen auch okay lad ein m da da sie das auch er wird einfach nicht so können sie das ich würde gerne wissen was ihr war dazu sagt aber da sagt er gar nicht er sagt dann Timo weiter so Wer hat den Hurtstag denn Timo Weitersucht? Ob die Mordel beim Urlaub ihr einfach nix schwarzen Schwänzen, es klappt einfach nicht Schwanz hoch hm hm Genial, die Werbung hier einfach nur Genial, ich hab sie in Wermann Die 1 und 1, ja? Ich weiß, wer der Erfinder ist Alter Dein Vater Timo Gabriel Alter, keine Nachnamen, hier nennst du es Kette Euler, Alter Du bist schon ehrlich Monsieur, du brauchst immer die Löcher da weg Alter, jetzt mach der da immer noch die Pfeil ist, glaub den Hax total Alter, ich bin mir weg, sondern ich bin ihr weg, ich hab den Hax total Ich bin mir weg, sorry wenn ich sag mal eine Bitte in einem Körme die 6 der Trotland schenkt man ab die Verbreitung alles aber in Tränen er wird auch noch machen muss ein paar Mal gemacht er hat schon einen Tag bei um Kronen beim Kundenservice angerufen hat die ganze Zeit Prozent gemacht Er hat die ganze Zeit gesagt, deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. So, ja, hier, Kunden, so wissen Sie, was wollen Sie von uns? Deine Mutter, deine Mutter, deine Mutter. Ich dachte, so was geht mit dem. Oha. Oh, what the fuck? Fick dich, Gals, 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 fick dich, Gals. Fick dich, Gals, fick dich, Gals, fick dich, Gals, fick dich, Gals, fick dich, Gals. Fick dich, Gals, fick dich, Gals, fick dich, Gals. Alles zu, du kannst dir mal reinschießen, das ist fast. Wir lassen uns Ruhe, wir wollen nur in Ruhe leben. Ich glaube, ich zumindest. Kann es sein, dass es hier keine Lohnen gibt? Die einzige Chance, das mit das Überleben ist eigentlich nur, die Pilze zu fahren. Also, ich bin John Deere und ich bin überlebt, ich kann es nur in so Sachen mit Jero-Nator. I can help you with your problems in the Nator. Call my number, six, six, it's really, I can help you a little bit. Elko. Elko, hat so eine Gas-Baschen da in? Das ist schon eine Störung. Das laberst. Oh, Timo, man, macht alles kaputt hier. Oh, Timo, ey. Halt, Buck. Buck, Buck. Ja, tschock. Zeige, was ist ein Ding? Er ist von Pole wieder. Was ist ein Pole? Oh, Pole. Pole. Was heißt, Pole? Was heißt, Pole? Was heißt, Pole? Was heißt, Pole? Ich bin auch, weil ich meine, 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 wagen Prozent Prozent ich bin so kreativ was heißt das türkisch Arobo Arobo Arrector Jett schweig oder schweig er trägt mich gleich ich gehe nach haupt die dritte ob die die chinesen wird gesagt haben oder ja wie genau so wie das lebt und wenn es nicht so gut auch gar h h h h erläutert alle gibt alle auf jeden Fall und machte Werbung für andere YouTuber also gar nicht schön und ich gehört was ist ich gebe was ein um unnütz Geld und das steht der jetzt offen Schild zensiert 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 was soll das die Partie da kommt die ich bin bei mir hinterher kommen aber auch die Prozent der Oma die Kiel um die in den Lappen und auch in der Karte ich will auch mal an die Wände reizubudeln das sieht auch die Kacke aus die Kacke du Spacke ich habe nicht oder sagt auch mal wieder was ja Ja, wir haben gerade über Neta geredet. Ja, konnte ich gar nicht machen. Das war interessant, das war ziemlich interessant. Timo hat uns sehr viel erzählt über Timo. Hi, bin ich aus dem Metz geflogen? Nö. Nö. Irgendjemand ist und ich kann nicht essen. Timo, gib mir mal wieder drei. Bitte, 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 bitte. So. Drei Jahre, nein. 33 Minuten ist jetzt. Soll. Dimo, gib mir mal bitte drei. Wollen wir aufhören? Bitte, 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 bitte. Wollen wir aufhören? Ja oder nein? Vielleicht. Ich verrecke, Fass. Ich verrecke, Fass. Hat jemand was für mich zu futtern? Futter, Futter, Futter. sag mal bitte ich nehme mir ein bisschen Weizen für Brot ja mach ich hab das gerade abgefunden es sind sieben Weizen noch übrig ich hoffe das ist genug Alter Mann, wieso sind hier so viele Viecher? Dimo, geh mal bitte Dimo, geh mal bitte bitte, bitte, ein paar Diamanten bitte hey Alter, willst du mich eigentlich nicht mehr machen hier? ja bitte, Dimo ich will auf Level 24 verzaubern boah ich will aufgehend boah, ich sag tschüss ich auch nimm mal sch-